Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu MyTimeAtPosher. Letztes Mal war es ja spannend, muss man so sagen. Wir waren mit Alu zusammen und haben ermittelt. Wir sind den merkwürdigen Vorkommnissen und den seltsamen Funden auf die Spur gekommen. Zumindest so ein bisschen. Ich habe gesagt, ich brauche Dünger, nicht wahr? Ja, ich brauche ganz bald wieder Dünger. Und mir wurde gesagt, das mache ich jetzt übrigens sofort mal kurz. Mir wurde gesagt, ich soll mal im Inventar, beziehungsweise ich mache es, sobald ich unsere Sachen eingesammelt habe. Und eventuell ein bisschen aufgetankt habe. Ich soll im Inventar mal nämlich gucken, dass ich auf das kleine Schloss... Ah, das ist schon wieder was fertig, sehr gut. Auf das kleine Schloss... Was war denn das für ein komisches Fest gesehen? Perfekt, von Erwa. Wir kriegen damit tatsächlich Punkte. Das finde ich gut. Ich soll im Inventar einmal auf das kleine Schloss hier klicken. Eine Reihe des Inventars... 400! Ja, dann freischalten bitte. Ja! Oh! 600! Ja! 800? 900! Ja! Machen wir! Oh Gott, ich habe Inventar! Oh, ich bin gerade so happy. Ich glaube gar nicht, wie happy ich gerade bin. Ich habe Inventar! Ich freue mich. Was fehlt denn hier noch? Die Feder, oder? Ja, eine Feder. Wir müssen also auf jeden Fall nochmal... ...nochmal in die Ruinen gehen. Aber ich wollte da noch ganz andere Sachen machen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was das alles war. Wir haben eigentlich immer so viel zu tun. Ich wollte noch andere Dinge bauen, das weiß ich. Und das Essen befindet sich immer hier drin. Deswegen ist es auch wieder rein. Und dann wollte ich natürlich Dinge verkaufen. Erstmal besorge ich aber Dünger. Wobei, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel genug Geld dafür habe, dass ich jetzt Dünger besorgen kann. Okay. Wir machen erstmal was anderes. Wir gehen erstmal in die Ruinen und... Nein, erstmal ist es Donnerstag. Wir holen uns einen Auftrag. Mist. Leder. Da war ja was. Ich mache erstmal den Auftrag für das Leder fertig, damit ich überhaupt wieder welchen... ...wieder Sachen annehmen kann. Ich gucke mal eben, wie viel Leder wir überhaupt schon haben. Ich und meinen Siebkopf, ne? Leder. Da haben wir 13 Stück. Okay, das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Relativ schnell gehen. Und zwar hier... Wir haben jetzt 14 Leder. Und damit ich noch einmal Leder herstellen kann... So. Ja, bitte einmal. Das ist in zweieinhalb Minuten. Das kriegen wir hin, ja. Können wir das hier noch machen? Ähm, darf ich dich nehmen, bitte? Dann ist das hier fertig. Dann ist das hier fertig. Das hier muss noch ein bisschen... Hier wird eben bald der Dünger alle sein. Das ist, glaube ich, der kleine grüne Pfeil, der uns sagt, ab da brauche ich wieder Dünger. Und das ist bei... Okay. Ich gehe mal doch jetzt ganz schnell zwei, dreimal Dünger holen. Das Geld muss einfach da sein. Vielleicht noch ein paar Mal mehr. Ich müsste... Ich müsste tatsächlich... Ach ja, richtig. Die Töftöft-Haltestellen muss ich auch noch bauen. Vielleicht sollte ich die zuerst machen. Hm? Egal. Erstmal Dünger. Eins nach dem anderen. Wenn ich den Dünger habe... So. Bauernladen. Wo ist... Da ist der Dünger. Ich würde gerne davon... Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon kaufen. Sollen wir mal 15 Stück kaufen? Ja, es tut ein bisschen weh, das auszugeben. Aber das kriegen wir schon hin. So. Weg mit uns. Ich habe gerade überlegt. Aber doch, wir gehen nachher auf jeden Fall in irgendwelche Ruinen. Und ich glaube, wir gucken dann erstmal, dass wir die Töftöft-Haltestelle fertig bauen. Das wäre... Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich in den blauen Himmel gucken nebenher. Wenn wir schon mal wieder Sonnenschein haben, haben wir ja auch gerade im Realen so gar nicht. Das Wetter ist ja so unglaublich schlecht. So. Sechs. Ich würde gerne so viel wie möglich düngen. Geht das nochmal voll? Dann würde ich gerne hier düngen. Und wenn es geht, nochmal düngen. Und hier kann ich ja auch nochmal düngen. Ne, da kann ich nicht düngen. Sehr gut. Aber hier kann ich nochmal... Düngen. Nochmal düngen? Nein, nicht nochmal düngen. Okay. Ist das hier schon fertig? Fast eine halbe Minute. Dann können wir jetzt erstmal den Dünger weglegen in der Zeit. Dann holen wir uns einen Auftrag ab, der nichts mit Leder zu tun hat. Ich werde nie wieder einen Auftrag mit Leder an... Äh, mit... Für Leder werde ich nie wieder einen Auftrag annehmen. Die armen Lamas, die wir dafür ständig schlachten müssen. Und das ist vor allem verdammt viel. Also wenn man überlegt, wie viel man... Man braucht zwei von diesen Fällen für ein Leder. Das ist halt schon verdammt viel. So. Ein paar Sekunden noch, dann haben wir es. Neun, acht, sieben und so weiter. Komm, komm, komm. Werd fertig, werd fertig, werd fertig. Ich hab's eilig. Die Zeit läuft davon. Ach Gott sei Dank. Wir haben alles, was wir an Leder brauchen. Wer will denn das Leder bitte haben? Wer wollte das denn? Leder brauchten wir... Aha, das war die Zeitung. Ich brauche 15 Leder, hilf mir bitte. Dann finden wir sie doch bestimmt. Und vielleicht gehe ich dann heute gar nicht mehr in die Ruin, sondern das machen wir einfach am nächsten Tag. Und wir machen heute noch irgendwas anderes Schönes. Ich muss sie gleich erstmal suchen. Aber jetzt... Ach nee, ich muss es ja erst abgeben. Ah, Mist. Wo ist sie denn? Wo kann ich das abgeben? Ähm, Töv Töv. Fahr vor der Ruin. Ist die da unten? Ne, das ist Töv Töv. Moment mal kurz. Martas Lieferung. McDonalds-Steil, das Springvieh. Okay, ich werd da gleich vorbeilaufen. Das ist die... Ah, der Handelsauftrag, der ist hier. Kann ich das bitte mal als... Kann ich das hier mal bitte... Okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir da hinlaufen. Äh, irgendwie, hoffe ich. Da machen wir erstmal... Geben wir erstmal das ab und dann suchen wir die anderen Quests. Denn ich glaube, da kriegen wir neue Aufträge für irgendwas. So, irgendwelche müsste sie sein, angeblich. Nepp. Ach, richtig. Die Porsche Times. Ist sie dann da drin? Ich hoffe es. Ja, da ist sie. Oh, zum Glück. Hallo. Wenn du willst, die latest Happenungen in Porsche wissen, schau dir die Porsche Times. Yay, machen wir. Nicht schlecht. Hier ist dein Lohn. Danke. Bitte schön. Nie wieder Leder. Aber wir ja schon mal hier sind. Hallo Erwa. Willkommen in Porsche. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Mach dich mit allen bekannt. Wir sind hier sehr offen. Das kennen wir, glaube ich, alles schon soweit. Okay. Jetzt hole ich uns mal einen neuen Auftrag. Und dann gucken wir, dass wir die anderen annehmen. Wir müssen aber auch noch Panda-Mäuse los. Oh, es fehlt eigentlich noch so viel. Panda-Mäuse los werden. Und was wollte ich jetzt machen? Handelsauftrag. Da bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Hoppla. Ich mag unsere... Oh. Ach so. Richtig. Aber wir müssen ja noch dieses Trainingsgefecht. Wir müssen eine Minute lang gegen jemanden von der Bürgerwehr durchhalten. Ich fürchte, ich müsste dafür nochmal irgendwie trainieren, bis ich das machen kann. Naja, mal gucken. Wir werden das ausprobieren. Aber erst will ich einen Handelsauftrag annehmen und dann die anderen... Naja, das war natürlich Higgins schon dreimal da. Was möchtest du? Glas. Glas können wir herstellen. Aber ich will erst gucken, was es sonst noch gibt. Leder... Nein, definitiv. Niemals. Talismane. Das sind 204. Das ist... Es ist noch weniger. 40 XP plus 9. 40 und plus 11. Ich stelle mal Talismane her. Ich weiß, dass das geht. Kann ich das auch annehmen? Schade, kann ich nicht. Okay. Ich ignoriere mal ganz kurz ihn. Und dann stellen wir schnell Talismane her. Ich weiß, dass wir das können. Und Glas müsste auch gehen. Aber die Talismane sind, glaube ich, interessanter. Die haben wir noch nie hergestellt. Bevor, nachdem, wollen wir das zuerst machen. Wir müssten hier hin. Ich habe uns da eben mal schnell eine Markierung gesetzt, damit ich es eher finde. Dann mache ich die Talismane danach. Und am nächsten Tag, am Freitag, gehen wir wieder in die Ruinen. Ich weiß nur noch nicht, in welche. Wie wurde ja auch gesagt, und dafür bedanke ich mich sehr. Bei den braunen Stellen im Felsen, da kriegen wir Kupfer her. Und wir haben ja gesehen, bei den roten kriegen wir Eisen. Macht eigentlich auch Sinn. Kupfer hat ja diesen Goldton. Und das Eisen ist, glaube ich, allgemein. Oder dieses rote halt dafür. Ähm, wo ist denn das? Ach so, jetzt müssen wir wieder mit Sophie reden. Weil Sophie wieder irgendwas möchte, dass wir was ausliefern. Ja gut. Hi Sophie. Was möchtest du denn heute von uns? Sie lädt uns zum Essen ein. Kennen wir. Hallo. Ah, ich warte auf eine Bestellung von Martha. Aber es wird ein wenig spät. Könntest du nachsehen, was geschehen ist? Ich würde selber gehen, aber meinen Beinen geht es zurzeit nicht so gut. Oh, ähm. Vielen Dank, es sind Eier, Milch und Obst. Egal welches Obst. Okay. Ich hab das einfach mal angenommen, ne? Moment. Was ist bei ihr jetzt? Ähm. Eier, Milch und... Eier, Milch und... Okay. Haben wir das jetzt angenommen? Weil oben steht ja nicht jetzt. Wann ich mal da eben gucken? Ansonsten gehen wir einfach schnell zu... Doch, das war voller Ruinen. Das hatten wir schon. Handelsauftrag. Hä? Ich bin gerade irritiert. Oder ist jetzt einfach Martha eingetragen? Ah, okay. Das haben wir ja angenommen. Sehr gut. Dann schau ich mir eben schnell da drüben vorbei. Das müsste hier, glaube ich, im Haus sein. McDonald's zu Hause. Wo ist er denn? Okay. Er ist bestimmt um die Ecke. Natürlich. Er hat ja um die Ecke diesen kleinen Laden für Tiere und sowas. Ja, da ist er. Hi. Oh, hallo Handwerker. Ich wollte dich gerade etwas fragen. Weißt du, ich habe einen Vermietungs-Service für Reit... Oh, Reittiere angeboten. Doch einen Monat bevor du gekommen bist, hat ein Sturm gewütet und mein Stall beschädigt. Dieser Higgins ist zu eitel, um einen so kleinen Job zu übernehmen. Ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht helfen würdest. Klar, das klingt echt leicht. Einer der Milch-Jug ist missing. Habe ich mich nicht? Okay. Okay, ich werde wieder kümmern. Okay. Großartig. Der Stall ist dort drüben in der Ecke. Bitte kümmere dich um ihn, sobald du Zeit hast. Natürlich machen wir das. Wo ist der Stall? Das ist der Stall, oder? Das ist der Stall. Ich gucke mal eben, was wir für den Stall brauchen, bevor wir zum Marta gehen. Nicht genug Materialien stehen. Ach so. Hartholzdielen und Eisenmann. Ja, das kriegen wir hin. Dann gehe ich schnell bei uns zu Hause vorbei und gucke, ob wir die Talismane eben schon herstellen können, bevor wir zum Marta gehen. Damit wir dann direkt die Lieferung abgeben können. Nicht jetzt. Ganz ehrlich, man hilft doch der lieben kleinen Sophie. Das arme alte Umileinchen. Die ist so süß. So. Hier können wir irgendwo Talismane herstellen. Und zwar hier irgendwo. Talisman. Ja, perfekt. Und da haben wir es schon geschafft. Die Talismane sind fertig. Können wir die nämlich auch abgeben? Ich weiß jetzt gerade nur nicht bei wem, um ehrlich zu sein. Ich muss mal eben schauen. Wer wollte die Talismane haben? Ihnen? Ich war von Ruinen. Wer wollte die Talismane haben? Ähm, wer wollte die Talismane? Ich gucke mal eben nach. Die Talismane wollte... Ah, er. Okay, Mars. Da weiß ich, wo er ist. Das ist der, der unten... Das. Das ist unser Bürgermeister. Und das ist er unten in die Ecke. Und Marta ist bei der Bäckerei, theoretisch. Ja, da steht sie doch schon, oder? Ja, das muss sie sein. Hallöchen. Ähm. Okay. Ich dachte, ich hätte das jetzt angenommen. Ich bin irritiert. Wo ist mein lieber... Ähm, wo ist... Ach, da steht er. Oh, Walla. Hi, Mars. Guck mal, was ich für dich habe. Wow, heute ist ein... Ist das ganz schön heiß? Oh ja, heute ist es echt heiß. Auch hier so richtig. Danke. Das wird mir sehr nutzen. Bitteschön. Wow. Relationship with Mars has changed. Da gucken wir doch mal kurz. Soziales. Da gucke ich ja eher selten rein. Ah, Kollege. Aus Fremden wurden Kollegen. Wir sehen hier, die mit den Herzchen könnten wir romansen. Bei Arlo ist es auch noch nicht so hoch. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch den Auftrag für das Glas annehmen kann. Und eigentlich dachte ich, ich hätte jetzt den Auftrag bei Emily, also bei Sophie angenommen. Das ist... Martas Lieferung Bauernladen. Ich bin... Ich bin irritiert. Ich bin sehr, sehr irritiert. Ist das vielleicht einfach ein kleiner Übersetzungsfehler, dass wir das oberste nehmen müssten? Denn normalerweise ist Zustimmen ja meistens oben. Und dass es da einfach ausgetauscht wurde. Und wenn wir das obere wählen, dann... Nehmen wir es tatsächlich an. Ich bin mir nicht sicher. So. Kann ich den bitte annehmen? Vier Glas. Oh. Schade. Okay. Dann wissen wir das jetzt aber auch. Wir dürfen pro Tag nur einen Auftrag annehmen. Na gut. Ich gucke mal, ob wir Hartholz dealen. Und die Eisenbarren müssten wir, glaube ich, haben. Für heute ist es schon zu spät. Da kriegen wir den Stall, glaube ich, nicht mehr repariert. Aber ich gehe mal kurz bei Sophie vorbei, ob ich es eventuell schaffe, das Ding doch noch anzunehmen. Wobei, lassen wir es. Lassen wir es. Ich weiß nicht, ob das Buggy ist. Vielleicht haben wir es am nächsten Tag noch. Vielleicht auch nicht. Hartholz dealen. Die konnten wir hier herstellen. Warum nur so wenige? Weil ich kein Hartholz mehr habe. Okay. Ich muss noch Holz hacken. Und das andere waren Eisenbarren. Aber ich glaube, Eisenbarren hatte ich jetzt ja mehr als nur. Das waren die... Warte mal. Ich habe gar keine Eisenbarren. Hier. Moment. Ich muss die hier herstellen. Eisen. Ja. Eisenbarren. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, stellen wir alle her, oder? Was brauche ich dafür? Eisenerz einfach. Dann stell mal alles her. Dauert ja nicht so lange. Also überhaupt nicht lange. Das ist ja fast... So. Ich fälle da hinten mal wieder die Bäume. Es wurde übrigens auch gesagt, bei dem Update wurden dann auch die ganzen schönen Bäume resettet. Finde ich gut. Dann kann ich sie jetzt alle wieder fällen für das Hartholz. Denn wir brauchen ja Hartholzdien, damit wir den Stall haben. Und wenn wir dann uns wieder etwas auch... Also wenn der Verleih dann wieder offen ist, dann können wir uns da ja auch was leihen. Dann können wir ein erstes Reittier genießen, ohne einen eigenen Stall zu haben. Haben wir jetzt drei oder fünf Hartholz-Podile gebraucht? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und ja, ich mache immer noch die Baumstümpfe weg, auch wenn dann der Respawn länger dauert. Das Problem ist, ich könnte mal versuchen dran zu denken, dass wir das Holz hacken, wenn wir es nicht gerade dringend brauchen. Also das Hartholz auch. Dann müsste ich nicht immer so viel wegmachen. Einfach nur, damit wir überhaupt weiterkommen. So. Das wird ein Spaß. Am nächsten Tag gehen wir dann auf jeden Fall direkt frühmorgens am besten. Oben rein, dass wir einen Auftrag uns suchen können, schön. Und ich würde gerne Alu wieder suchen, um ehrlich zu sein. Und natürlich muss ich dann jemanden heraus... Okay, für morgen steht viel auf dem Plan. Aber erstmal ende ich, glaube ich, die TÜV-TÜV-Haltestellen oder die Pandamaus. Ich glaube, für die Pandamause brauchten wir auch noch Sachen, die wir dann... Ich fälle noch den hier mindestens. Für die Pandamaus, also für den Ghetto-Blaster, brauchen wir, glaube ich, auch Sachen, die wir nur in den Ruinen finden. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die in den Ruinen finden, die wir hier in der Stadt haben, oder ob wir da tatsächlich auch in die müssen, wo schon Monster sind. Für die Ruinen, wo Monster sein können, würde ich dann aber gerne noch das Schwert aufbessern. Das könnte ich jetzt eigentlich auch mal schnell schauen. An diesem Tag. Wie das ist mit dem besseren Schwert, dann müssen wir zwar das von Alu erstmal abgeben. Das ist so schade, das war ein so schönes Geschenk von Alu. Da hat es das Schicksal echt gut mit uns gemeint, dass wir gerade das Paket gefunden hatten. Aber, naja. So, die Hartholz-Diele. Und wir stellen mal bitte mehr davon her. Ja, bitte alle zehnmal herstellen. Das geht dann schon. Und was hatte ich jetzt gesagt? Ich wollte gucken nach einem besseren Schwert. Das wäre das Eisenschwert. Kann ich das schon herstellen? Ja, dann mache ich das doch mal. Und schon haben wir ein besseres Schwert, das ich auch direkt ausrüste. Denn ich glaube für den Übungen... Ein Vogelnest. Das Zuhause eines Vogels könnte Dinge enthalten. Ja, bitte. Dann haben wir jetzt Federn. Sehr schön. Danke sehr. Und das Schwert kann ich dann bei Gelegenheit wieder verkaufen. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte noch Eisenbarren einsammeln. Und ich wollte hier das Ding austauschen. Zurückholen. Ja, bitte. Alles wieder zu uns. Und dann würde ich ganz gerne hier stattdessen... Nicht den Ghetto Blaster. Da weiß ich, dass wir den nicht herstellen können. Da fehlen noch zu viele Dinge. Hier zum Beispiel. Die Kupferspule könnten wir herstellen. Bei den Silikonchips bin ich nicht sicher, ob wir die schon alle haben. Aber wir müssten theoretisch ohne allzu großen Schwierigkeiten das hier herstellen können. Die Töftöfhalte stellen. Wo uns hier auch noch ein paar fehlen. Ich tracke das mal eben kurz. Also verfolge die. Töftöf hält hier. Drei Stück brauchen wir dafür. So. Dann gucken wir doch mal. Was brauchen wir dafür jetzt also alles? Mal hier schnell schauen. Bronze. Ah, dafür waren die Bronzeplatten. Richtig. Bronzeplatten und Bronzerohre. Und auch Hartholz-Dielen. Okay. Also insgesamt brauche ich sechs Bronzerohre. Und zwölf Bronzeplatten. Ich gucke mal eben, ob ich die Bronzeplatten... Die kann man, glaube ich, hier herstellen, oder? Nee, Bronzerohre. Ich gucke mal, wie viel wir davon noch haben. Bronzerohre, Bronzeplatten. Es wird ein Trauerspiel. Aber zum Glück haben wir jetzt wieder genug Bronzebarren. Ähm, wo sind... Achso, die sind jetzt da. Okay. Bronzebarren... Ah, Bronzeplatten habe ich schon. Das ist gut. Bronzerohr habe ich eins auch noch. Faserstoff brauche ich dann auch noch. Okay. Hartholz-Dielen. Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr Holz. Aber das kriegen wir auch dann hin. Mal gucken, ob wir davon noch was brauchen. Okay. Ich kann schon mal die ersten Sachen, glaube ich, montieren. Aber ich ändere auch schon mal... Na, Inventar bitte. Ich ändere es schon mal so, dass wir die Sachen, die wir montieren müssen, im Inventar haben. Also unten, direkt im Inventar. Letztlich haben wir alles irgendwie im Inventar. Okay. Das ist die Hartholz-Diele. Die brauche ich letztlich auch. Brauche ich sonst noch was? Ich glaube nicht. Okay. Gut, gut. Faserstoff, den können wir direkt montieren. Bitteschön. Was brauche ich noch? Die Platten. Der 6 wäre das. Und nochmal Bronzeplatten. Und dann brauche ich jetzt noch 2 Rohre und Hartholz-Dielen. Okay. Kriegen wir hin. Das eine Rohr kann ich hier noch herstellen. Beziehungsweise ich kann mehrere Rohre herstellen. Ich habe eins. Und ich habe gesagt, ich brauche... Moment, ich muss mal nachschauen. Dass ich keinen Unsinn mache. Ich brauche insgesamt 3 mal. Ich brauche also insgesamt 6 Bronzeplatten. Ich muss also noch 5 Stück herstellen. Dann machen wir das doch direkt mal. Bestätigen wir. Sehr gut. Okay. Hier wird auch fleißig hergestellt. Aber ich sehe auch schon, dass es nicht... Hm. Habe ich Silikonchips genug? Und habe ich schon so ein... Hier ist es vielleicht? Ne, das müsste hier sein. Kupferspulen. Kupferspulen habe ich, glaube ich... Ich stelle mir so eine Kupferspule her. Die brauche ich nämlich definitiv für unseren... Das Lederhorn. Dafür brauche ich Kupfer. Aber stimmt. Blaues Leder. Und ich weiß nicht, wie man blaues Leder herstellt. Da muss ich noch gucken. Die Fire... Ich weiß immer noch nicht, wie die Fireworks gehen. Pillow. Okay. Ich brauche mehr Holz. Oh, ich könnte natürlich schauen, ob wir die besseren Sachen herstellen können. Moment. Schwerter. Hier noch irgendwas. Werkzeuge vielleicht. Eine Eisenachs. Dafür brauche ich Eisenbarren und Verbesserungsdinger. Okay. Und für die Eisenspitzhaare auch. Eisenbarren. Das kriegen wir hin. Ich brauche insgesamt vier Verbesserungssets und ich habe davon eins noch. Gut. Ich könnte jetzt noch ein bisschen, zumindest, Bäume fällen. Zum Beispiel den da hinten. Den einen kriege ich nicht weg, aber den anderen. Und mit dem theoretisch, wenn ich dann einen Eisen, eine Eisenachst habe und einen Eisen... Das werde ich am nächsten Tag direkt mal kaufen. ...Verbesserungskits. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ging. Aber Eisenbarren müsste ich dann auf jeden Fall auch genug haben. So, dann fällen wir noch den hier. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Hartholz zusammen für die Hartholz-Dielen. Eisenholz. Und dann müssten wir eigentlich von diesen großen Bäumen auch viel öfter dieses Hartholz bekommen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Fällen wir noch den da vorne? Den einen kann ich nicht fällen, aber wenigstens die zwei anderen Bäume vielleicht. Ich hoffe, das reicht. Von der Zeit her. Und dann gehen wir schlafen. Ganz, ganz schnell. Denn ich möchte nicht versehentlich... Entschuldigung. Ich möchte nicht versehentlich umkippen. Ich bin gerade gegen das Mikro gestoßen. Falls man das jetzt unschön gehört hat, tut es mir leid. Ich hoffe, das kann ich dann hinterher... Wenn ich es finde, filtre ich es raus. Wenn ich es gerade gehört habe, dann habe ich es entweder nicht rausfiltern können oder nicht mehr dran gedacht. So. Und den Stumpf natürlich auch weg fürs Hartholz. So. Weg mit uns. Und noch... Warte mal. Vogelnest. Das können wir gleich machen. Vogelnest. Jawohl. Eine Feder. Und nochmal eine Feder. Sehr schön. Am nächsten Tag könnte ich dann auch dran denken, vielleicht meine Handschuhe und das Zeug zu verkaufen. Aber erstmal, ich brauche insgesamt 15 Dielen, glaube ich. Ich gucke mal, dass wir da noch ein bisschen mehr herstellen über die Nacht. Ja, das sind vier Minuten. Das reicht nicht. So. Fertigen, bitte. Wie? Ich kann da nur noch eine her... Ach so. Kapazität ausgeschöpft. Genau. Und Bronzeplatten. Kann ich auch ein paar herstellen. Okay. Ich könnte auch versuchen, Bronzebarren herzustellen nochmal, wenn das geht. Na? Kann ich nicht, weil mir Zinnerz fehlt. Okay. Dann gehe ich mal schlafen. Muss man ja auch mal machen, sich auszuruhen. Am nächsten Tag... Oder? Soll ich heute noch sortieren? Hm. Weiß ich gar nicht so genau. Ich würde gerne noch sagen... Warte mal. Ich nehme mal das hier mit. Das Zeug würde ich verkaufen wollen. Das brauche ich dann ein paar Mal. Davon brauche ich dann auch wieder welche. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Und die Discs. Ich würde gerne nochmal... Ich würde da nämlich gerne nochmal Baupläne herstellen lassen. So. Wir schlafen einmal. Jawohl. Tag 12 vom zweiten Monat. Und raus mit uns. Erstmal Sachen einsammeln. Und gucken, ob was Besonderes passiert. Und dann könnte ich Arlo suchen. Falls er nochmal was von uns möchte. So. Hardholds dealen. Das können wir... Ich lasse die mal fertig werden. Heute. Das müssen wir hier noch einsetzen. Nee, nicht den... Warte mal. Ich gucke mal eben schnell. Die Rohre und die Hardholds dealen fielen noch. So. Bronzerohre und sieben die Hardholds dealen. Und damit hätten wir die erste Töfterfaltestelle fertig. Perfekt. Dann stellen wir aber gleich nochmal den Bauplan für das nächste auf. Und dann könnten wir eigentlich nochmal... Achso, ich habe nicht genug. Richtig. Aber ich habe genug Bronzerohre. Und ich habe nicht genug Faserstoff. Jetzt muss ich Faserstoff wiederherstellen. Wie kann ich denn den... Äh, achso. Ehe. Richtig. Wie kann ich denn Faserstoff herstellen? Aus abgenutztem Fell. Und ich stelle da mal die. So. Wie kann ich Farbe herstellen? Das muss ich echt noch gucken. Zehn Stück. Das sollte... Ja, das reicht dann. Wir brauchen ja nur noch zehn. Habt ihr alles, was ihr braucht? Meine... Aber dann meine Lieben. Ja. Ihr habt alles. Dann müsstest du da hinten auch glücklich sein. Jawohl. Dann hole ich uns mal schnell Verbesserungskits und schaue, welchen Auftrag wir heute annehmen. So, so, so. Ja, da fallen mir gerade Zettel entgegen. Es kommt davon, wenn man sich Noti... Oh, der Brunnen gelaufen. Schön. Wenn man sich Notizen macht... Und Higgins war schon da. Mist. Wenn man sich Notizen macht und dann die Zettel... Gerade läuft nämlich der Ventilator nebenher. Und da wurden die gerade ein bisschen doch vom Wind erwischt. Was möchtest du denn hier? Was möchtet ihr Liebenmenschen? Neun Bronzebarren für 400. Zwei Fledermausmasken für 400. 19 Faserstoff geht nicht. Dann würde ich sagen, machen wir Bronzebarren vielleicht. Da haben wir zehn Tage für Zeit. Für 80. 80. Und außerdem mit... Warte mal. 7, 8. Ich gucke mal, ob wir die Fledermausmasken überhaupt herstellen können. Wenn wir dafür nämlich Leder brauchen, mache ich es nicht. So. Ich weiß, es ist ein Hin- und Hergelaufen, aber so weit haben wir... Oh, Moment. Bevor wir das tun... Bevor wir das tun, gehen wir erstmal hier rein und kaufen uns... Konnte man es hier kaufen? Ne, konnte man gar nicht. Ich bin so doof. Konnte man hier gar nicht kaufen. Katalog, konnten wir hier... Da konnten wir noch anderes... Oder? Geht... Kann man das hier? Vielleicht irgendwo bis... Ne, kann man nicht... Mist. Okay, dann muss ich tatsächlich runter zum Mars, weil nur der das verkauft. Oder Pauly. Ne, es ist Mars. Mars verkauft die Sachen. Okay. Hallo Nora. Ich würde so gern mit allen reden, aber... Ne. Oh, richtig. Ich brauche ja noch mehr Hartholz-Dealen wegen dem Stall. Hi, Pinky. Pinky muss sein. Ja. Ups, eine tolle kleine Katze. So. Habe ich jetzt eigentlich noch den Auftrag bei Sophie? Ne, habe ich nicht. Doch, Marta ist Lieferung. Ich probiere das mal nochmal, das anzunehmen. Indem wir einfach das andere wählen, zur Not. So, ich hoffe, ich habe genug Geld dafür. Oh, das wird knapp. Ach du je. Mein schönes Geld. Okay, weg mit uns. Wir verbessern hier was. Das wird bitter. Ich gucke, ob wir die Fledermausmasken herstellen können. Ähm, was... Ach so, ja. Ich frage mich immer gerade, was wollen die denn alle von mir? Aber richtig. Da geht es ja ums Training. Das wollte ich heute auch noch machen. Dann gehen wir am Samstag einfach... Das Gute ist, am Samstag müssen wir auch keine Aufträge annehmen. Da gibt es nämlich keine für uns. Hallo, Emily. Ich hätte gerne mit dir geredet, aber... Keine Zeit. Viel zu tun. Viel zu viel zu tun. Okay, schauen wir doch mal. Das sind hier die Dielen. Das sind immer noch zu wenige. Die Fledermausmasken wären hier. Das ist nämlich ein Accessoire. Ne, Pandermausmasken. Kann ich fle... Haha, die könnte ich... Sleepingmask... Die könnte ich gar nicht herstellen, oder? War das Pandermausmasken? Aber dafür bräuchte ich Mausflügel. Also wenn es Pandermausmasken sind, kann ich das machen. Dann kann ich einfach Pandermäuse dafür töten. Das geht. Jetzt werde ich aber erstmal kurz meine Werkzeuge verbessern. Jap, bestätigen bitte. Und außerdem hätte ich gerne die Eisenspitzhacke. Ja, wunderbar. Dann gucken wir auch, dass wir gleich... Das hier... Achso, die sind verbessert. Deswegen haben wir sie nicht mehr im Inventar. Warum habe ich denn dann mein Schwert noch? Egal. Ganz, ganz, ganz egal. Ich tue mal ein paar Sachen zur Seite legen. Die ich jetzt nicht direkt brauche. Damit wir gleich... Zum Beispiel hier hinten... Ein bisschen Holz und sowas. Den Marmor auch. Die Steine auch. Das hier, das hier. Das kommt woanders hin. Das war, glaube ich, hier drin. Gummifrüchte und die... Na, irgendwas habe ich doch noch gerade eben gedacht. Ach genau, die Federn. Und hier unten ist hart. Das Hartholz an sich kommt auch noch weg. So. Dann gehen wir jetzt wieder in die Stadt und schauen nochmal, ob das jetzt tatsächlich Pandermausmasken waren. Die könnte ich nämlich herstellen. Dann könnte ich einfach mal ein bisschen Pandermäuschen töten. Sind ja sowieso eine Plage. Ich finde die zwar sehr süß, aber mein Gott. Würden sie als Plage gelten, ne? Ich glaube übrigens, unsere Werkzeuge verbrauchen jetzt schon wieder mehr Ausdauer, wenn wir sie benutzen. Aber dafür sollten wir eben auch mehr abbauen damit. So. Sei bitte ein Pandermausmaskchen. Fledermaus? Ich weiß halt nicht, ob Fledermausmasken, Pandermausmasken sind. Ich lasse es. Ne. Ich lasse es mal. Wollen wir das hier dann annehmen stattdessen? Dann kriegen wir wieder ein bisschen XP. Für die Bronzebarren. So. Was möchtest du gerade? Das ging schnell. Ich war ein effizienter Handwerker. Oh, hatte ich die schon fertig. Oh nein. Okay, gut. Die hatte ich versehentlich schon fertig. Na gut. Okay. Dann muss ich halt neue herstellen. Okay, dann gehe ich jetzt in die... Dann gehe ich jetzt tatsächlich in die Ruinen. Da muss ich dringend rein. Band of Drillings. Gut. Muss sein. Ich weiß gar nicht, wie viel Bronze brauche ich. Ich glaube ich einfach... Ähm... So viel... Passend... Moment. Wer ist denn das? The hazardous ruins of Porsche has been my most interesting find in my... Okay. Also diese Ruinen sind sein interessantester Fund. Okay. So, dann wollen wir uns mal umgucken. Wo wir was finden zum Ausgraben. Es hängt wie immer kurz. Oder wie so oft. Nicht immer, aber... Oh, ich sehe gerade Hilfe. Es ist ja schon... Die Folge ist ja schon vorbei. Okay. Ähm... Ich beende mal hier dann ganz schnell, während ich suche. Ähm... Macht ihr euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen? Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei den Ausgrabungen hier in Porsche. Bis dahin... Ähm... Aber ich... Ich will nicht... Ich will nicht ganz so sehr überziehen. Also dann, äh... Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Und... Das wollte ich nicht. Ich wollte in mein Inventar gucken. Ähm... Bye, bye.